Musik September 1944. Der britische Nachrichtendienst belauscht gefangene deutsche Generäle. Aus den Abhörprotokollen. Rommel sagte zu mir, der Führer muss umgelegt werden. Es gibt gar nichts anderes. Der Mann muss weg. Die Männer vom britischen Nachrichtendienst glauben, sich verhört zu haben. Ausgerechnet Rommel. Er gilt als Hitlers Lieblingsgeneral. Sollte er sich gewandelt haben? Von Karriere-Soldaten zum Widerständler? Im Oktober 1944 ist Rommel tot. Die Trauerfeier, eine Inszenierung. Pompös und verlogen. Selbst die Ehefrau und der Sohn müssen Statisten spielen. Das war gespenstisch. Man ist also selber in die Schauspieltruppe eingetreten und hat so getan, als ob alles seine Ordnung hätte. Man hat ja dann nicht gewusst, wie lange die Freiheit noch andauert, ob sie nicht relativ rasch, nachdem das Theaterstück aufgeführt war, beendet würde. Die Todesursache ist Staatsgeheimnis. Die Öffentlichkeit glaubt an einen Herzschlag. Doch Rommel wurde gezwungen, sich zu vergiften. Tod einer Legende. Es gibt keinen General, über den schon während der Zeit des Zweiten Weltkriegs mehr geschrieben, mehr gesprochen worden ist als Rommel. Er war in aller Munde damals schon, war Freund und Feind. Er war ein Symbol für diesen Krieg. Aus unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn wir uns heute ihm nähern, dann liegen da unendlich viele Schichten über dem wahren Rommel, so möchte ich es mal sagen. Die schillernde Oberfläche. Ein Medienstar in Uniform. Ein General, der Autogramme gibt. Er ist der Liebling der Massen und der Propaganda. Der Mythos entsteht hier, in Libyen. Es ist damals italienische Kolonie. Doch die Italiener sind 1941 dabei, Libyen an die Briten zu verlieren. Im Februar 1941 geht Rommel mit einer Panzerdivision in Tripolis an Land. Er hatte dort eigentlich einen Verteidigungsauftrag. Hitler macht sich Sorgen, dass die Italiener nach einer Niederlage in Nordafrika aus dem Bündnis ausscheiden könnten. Es ist also ein eng begrenzter Einsatz eines relativ ranniederen, wenn auch fähigen Generals, um sicherzustellen, dass genau das nicht passiert. Also ein ebenso politischer wie militärischer Einsatz. Seinen verwegensten Panzergeneral werde er ihm schicken, hatte Hitler zu Mussolini gesagt. Dieser Ausspruch Hitlers, des verwegenen Panzergenerals, der rührt aus dem Frankreich-Pfelszug 1940 her, weil Rommel da mit seiner Panzerdivision sehr unkonventionell vorgegangen ist, sehr risikobereit, aber auch sehr opferbereit. Das hat Hitler imponiert. Damit hat Rommel auch seine großen Erfolge erzielt. Und damit hat er sich seine große Position bei Hitler sozusagen erkämpft. Der britische Nachrichtendienst weiß, dass Rommel in Afrika ist. Er kann einen Teil seiner Befehle aus Berlin und Rom entschlüsseln. Doch er zieht daraus die völlig falschen Schlüsse. Macht die Rechnung ohne Rommel. Die Briten glauben, dass sich eigentlich nicht viel verändert hat, aber Rommel hat ganz eigene taktische Vorstellungen und setzt seine Truppe ganz anders ein, als die Briten erwarten. Rommel denkt gar nicht daran, sich an seine Befehle zu halten. Er sieht eine Chance, ganz Libyen zurückzuerobern und greift an. Damit seine kleine Streitmacht größer wirkt, lässt er alle Fahrzeuge kräftig Staub aufwirbeln. Er selber ist immer vorne mit dabei und dafür lieben ihn die einfachen Lanzer. Ich hatte den Eindruck, dass er immer in seinem Element erst richtig drin war, wenn es hart auf hart ging. Das heißt also, wenn Geschosse oder Artilleriefeuer auf uns einsetzte. Ich hatte den Eindruck, das ist so ein halber Kriegsgott, der sucht das. Die Wüste ist der ideale Ort für Rommels Art, Krieg zu führen. Rommel hatte Instinkt, er hatte ein Gespür für das Schlachtfeld und für Schwächen des Gegners. Er ging in Nordafrika enorme Risiken ein. Er war ein Spieler. April 1941. In wenigen Wochen hat Rommels Afrikakor die Briten fast 1000 Kilometer nach Osten getrieben, nähert sich Tobruk. Was Rommel nicht weiß, die Hafenstadt ist zu einer richtigen Festung ausgebaut mit mehreren Verteidigungsringen. Rommel schloss Tobruk völlig ein und auf der anderen Seite war das Meer. Der einzige Weg, um Tobruk mit Nachschub zu versorgen. Die deutschen Soldaten ahnen nicht, was auf sie zukommt. Eine Festung anzugreifen, das ist neu für Rommel. Er befiehlt, die Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Rommel ließ sofort angreifen. Mit großen Verlusten. Ich fand das übereilt, ohne richtige Planung und ohne wirkliche Aufklärung. Doch immer wieder befiehlt er neue Angriffe. Gegen den Rat seiner Stabsoffiziere. Über 1000 Soldaten sterben sinnlos. Es riecht nach Revolte in Rommels Stab. Es muss ein Oberst-Ober-Ost-Leutner gewesen sein. Ich kann mich an Namen nicht erinnern, aber genau an den Vorfall. Er sagte, warum greifen Sie sich weiter an? Und er sagte, Herr General, ich habe schon über 50% Verluste. Und er sagte, ist das ein Grund, nicht weiter anzugreifen? Greifen Sie weiter an. Und da stand der Oberst da und sagte, meine Soldaten gehen nur weiter vor, nur über meine Leiche. Führungskrise. So sehr ihn die einfachen Lanzer verehren, für seine Stabsoffiziere gilt das nicht unbedingt. Einige sprechen später in britischer Gefangenschaft Klartext. Zum Beispiel General Erwin Menny. Rommel ist persönlich ein Mordskerl, aber vom Strategen keine Spur. Er ist noch nicht einmal ein Taktiker. Er kann überhaupt nicht führen. Professor Sönke Neitzel hat die bislang unveröffentlichten Gesprächsprotokolle entdeckt. Diese Äußerungen über Rommel richten den Scheinwerfer auf eine Seite, die die Propaganda natürlich nicht dargestellt hat. Und die auch die Memoiren nach dem Krieg nicht dargestellt haben. Aber das ist eine Seite von Rommel. Also ein Mann, der eben nicht wie ein moderner Generalstabsoffizier agiert, sondern wie eine Art altgermanischer Heerführer. Und das macht die Generalstabsoffiziere wahnsinnig. So kann man keinen modernen Krieg führen. Ein Mann, der Risiken eingeht, die man nicht unbedingt eingehen muss. Also das gehört zu diesem Gesamtbild Rommel dazu. In diesem April 1941 vor Tobruk kommt Rommel an seine Grenzen. Und die Nerven gehen mit ihm durch. Rommel brüllt schon wieder laut, notiert General Heinrich Kirchheim in sein privates Tagebuch. Rommel wirft ihm Feigheit vor, schreit ihn an, brüllt ihn an. Und das ist für Kirchheim eine ganz tiefe Demütigung, weil man kann einem deutschen General nicht Feigheit vorwerfen. Das ist das Schlimmste, was man ihm vorwerfen kann. Und seit diesen April-Tagen 1941 hat Kirchheim mit Rommel eine Rechnung geoffen. All das spielt sich im Geheimen ab. Die Menschen in Deutschland bekommen nur den Wüstenfuchs und seine verwegene Truppe zu sehen. Er wird zum Paradepferd im Stall von Propagandaminister Goebbels. Aus der Sicht der goebbelschen Propaganda ist er der nationalsozialistische General Barre Exzellens. Das ist ein Mann, der nicht viele Fragen stellt, sondern handelt. Der vom Willen geleitet ist. Der mit dem Willen die Bande der Wirklichkeit bricht. So stellt sich die nationalsozialistische Ideologie einen Truppenführer eines modernen Heeres vor. Und Rommel entwickelt regelrecht schauspielerische Talente. Er war auch ein bisschen eitel in der Hinsicht. Und gut, auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, welcher Mensch ist es nicht oder welcher Mann ist es nicht. Und er hat sich dann schon entsprechend in Positur auf den Panzer gestellt oder sonst wo hingestellt und hat das so ein bisschen begünstigt, würde ich schon sagen. Nette Bilder für die Wochenschau. Er ist ein ehrgeiziger Mensch, wie viele andere natürlich auch. Es gibt auch viele andere Generäle, die das wollen, aber Rommel beherrscht die Grammatik der Medienwelt, der Propaganda einfach besser. Und da kann er punkten und diesen Punktevorteil nutzt Rommel in dem Spiel um Gunst, in dem Spiel um Anerkennung, in dem Spiel um Beförderung nutzt er aus. Rommel, über, lebens, groß. Das schafft Neider. Und ein Mythos. Selbst beim Gegner. Die alliierten Soldaten hatten mit zwei Problemen zu kämpfen. Einmal mit ihrer normalen Angst auf dem Schlachtfeld. Und dann mussten sie noch ihre Angst vor Rommel überwinden, den manche für eine Art Militärmagier hielten. Fähig, Dinge zu tun, die sonst keiner konnte. Rommel sei kein Übermensch, bläuen die britischen Kommandeure ihrer Truppe ein. Doch ein Star ist er auch dort. Er schafft es sogar auf die Titelseite des amerikanischen Nachrichtenmagazins Time. Rommel wurde nie ernsthaft mit Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht. Und ich denke, sein Ruf hat sich bis heute gehalten, weil er gemessen an den meisten deutschen Generälen ein anständiger Mann war. Juni 1942. Noch immer sitzt Tobruk wie ein Stachel im Leib von Rommels Truppen. Am 20. Juni 1942 will es Rommel wieder wissen. Der Sturm auf Tobruk beginnt. Diesmal nimmt er die Stadt. Und kommentiert den Sieg wie ein Fußballtrainer. Herr Generaloberst, darf ich grausam bitten, zu den Operationen hier kurz ein paar Worte zu sagen. Heute krönt die Truppe ihr bisheriges Werk durch Erhobung der Festung Tobruk. Der Sieg zur Nation ist sicher. Stolz bin ich hier geborsten, als ob ich selber dabei gewesen wäre. Und das war damals ein Art nationales Ereignis. Ein nationales Ereignis, das Propagandaminister Goebbels perfekt in Szene setzt. Einige Monate später lässt er den Sieger von Tobruk in den Berliner Sportpalast einziehen, wie einen siegreichen Gladiator. Es ist der Höhepunkt von Rommels Karriere. Hitler hat ihn nach der Eroberung von Tobruk zum Feldmarschall befördert. Der Sieg in Afrika erscheint zum Greifen nahe, Ende Juni 1942. Ein grenzenloser Optimismus, nicht nur bei Rommel, ja, auch eigentlich beim gesamten Armee und auch im Stab. Ja, war, wir sahen uns schon in Kairo, ja. Wir sagten schon, in welches Hotel gehen wir, ja, und wo werden wir leben, in welchem Hotel machen wir das Hauptquartier. Noch rund 700 Kilometer von Tobruk nach Kairo. Noch haben die Briten dort ihr Hauptquartier. Und mittendrin sitzt Rommels bester Mann. Der hat davon keine Ahnung. Der amerikanische Militärattaché Bonofallis. Er war sehr willkommen in Kairo, denn die Briten wollen die Amerikaner ja als Bündnispartner. Sie treten ja erst im Dezember 1941 in den Krieg ein. Und so bekommt Fellers absolut goldwerte Informationen, um sie nach Washington zu kabeln. Und leider gehen diese Informationen auch an Rommel. Seine gute Quelle nennt Rommel den amerikanischen Attaché. Dass er diese Quelle nutzen kann, verdankte den eigentlich ungeliebten italienischen Verbündeten. Im September 1941 hatte der italienische Militärgeheimdienst SEM sein Meisterstück abgeliefert. Agenten dringen in die amerikanische Botschaft ein und verschaffen sich den Black Code der US-Diplomaten. Unbemerkt. Von da an können die Achsenmächte mitlesen. Auch Rommel. Zum Beispiel eine vollständige Übersicht über alle britischen Kräfte und Verluste in Nordafrika vom Februar 1942. Das war sehr wichtig. Wir müssen uns klar machen, bei den Kämpfen in Nordafrika ging es immer sehr knapp zu. Und wenn man solche Kenntnisse hat, kann man seine eigenen Kräfte so aufstellen, dass man den schwächsten Punkt des Gegners trifft. Aufklärung war enorm wichtig. Und das gab Rommel einen entscheidenden Vorteil. Einen kleinen Vorteil, aber einen wichtigen Vorteil. Doch Rommels Glück dauert nicht ewig. Im Juli 1942 merken die Amerikaner, dass der Feind mitliest und wechseln den Code. Und Bonafellers, Rommels gute Quelle, kehrt zurück nach Amerika. Und damit nicht genug. Rommel verliert noch eine weitere Quelle. Seine unersetzlichen Funkaufklärer an der Front fallen mitsamt den Codes und der Technik in britische Hände. Nun ist er gleichsam blinkt und taub. Wir sind im Sommer 1942 in der ganz entscheidenden Phase des Afrikakrieges. Und in diesen Wochen wird darüber entschieden, wer gewinnt diesen Krieg, wer verliert diesen Krieg. Und in dieser entscheidenden Phase ist Rommel blind. Rund 1500 Kilometer hat Rommel die Briten im Verlauf von knapp anderthalb Jahren zurückgedrängt. Von Tripolis in Libyen bis zu einer kleinen ägyptischen Bahnstation im Nirgendwo. El Alamein. Hier bauen die Briten ihre letzte Verteidigungsstellung auf. Ein Minenriegel, der Rommel den Durchbruch zum Suezkanal versperren soll. Und bald haben sie einen neuen Kommandeur, Bernard Montgomery. Montgomery hatte großen Respekt vor Rommel. Er war regelrecht besessen von ihm. In seinen Befehlen heißt es, wir müssen Rommel schlagen. Nicht die Deutschen. Rommel. Rommels Truppen sind ausgelaugt, als sie El Alamein erreichen. Vom jahrelangen Krieg in der Wüste. Und Nachschub kommt nicht mehr. Als wir in El Alamein ankamen und ich sah die paar kleinen, also die paar lächerlichen Panzer, muss ich sagen, die noch fahrbereit waren bei uns in der Panzereinheit und die ganzen anderen Fahrzeuge. Und ich habe ja auch mitgekriegt, wie erschöpft die Soldaten waren. Die Kampfkraft war bei allen ja nur noch ein Bruchteil dessen, was sie eigentlich war. Aber da war mir klar, dass das nicht weitergehen kann. Nicht in diesem Zustand. Er hat inzwischen von allem zu wenig. Panzer, Treibstoff. Und Ideen. Er hatte immer wieder Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Und er konnte das, weil er bestimmte, fast magische Vorteile in der Aufklärung hatte. Nun hat er keine Kaninchen mehr, die er aus dem Hut zaubern kann. 23. Oktober 1942. Die Briten greifen an. Sie sind inzwischen massiv überlegen. Nach zehn Tagen Schlacht will Rommel die Konsequenzen ziehen. Rückzug. Doch da hat er die Rechnung ohne seinen Kriegsherren in der Wolfsschanze gemacht. Rückzug kommt in Hitlers Vokabular nicht vor. Am 3. November befiehlt Hitler. Ihrer Truppe aber können sie keinen anderen Weg zeigen, als den zum Siege oder zum Tode. Ein Schock für Rommel. Er denke gar nicht daran, das Afrikakorps zu opfern, sagte er, nachdem er Hitlers Befehl erhalten hat. Ich glaube, Rommel hat einkalkuliert, dass ihn sein Gönner auch diesmal wieder nicht im Stich lassen würde. Und umso mehr hat es ihn getroffen, das erste Mal selber von Hitler vor den Kopf gestoßen zu werden. Der Mann, dem er eigentlich alles zu verdanken hatte, der ließ ihn jetzt im Stich. Zwei Tage zögert er, dann befiehlt er eigenmächtig den Rückzug. Die ganze Strecke zurück, die sie gekommen waren. Und darüber hinaus. Unter dem ständigen Feuer der britischen und inzwischen auch amerikanischen Flieger. Bis nach Tunesien. Ich glaube, dass die meisten Generäle, auch Rommel selber, gar nicht damit gerechnet haben, dass sie es überhaupt bis Tunesien schaffen. Und das war eine taktische Meisterleistung. Und vielleicht ist dieser Rückzug nach Tunesien die größte militärische Leistung Rommels überhaupt. Den Rückzug nach Sizilien verbietet Hitler. So gehen im Mai 1943 130.000 deutsche Soldaten bei Tunis in alliierte Gefangenschaft. Rommel ist nicht mit dabei. Hitler hat ihn schon Monate zuvor zurückbeordert. Es war kein erfreulicher Abschied. Auch auf seiner Seite, das sah man ihm an. Dass er wegging, wohl mit dem Gefühl schon, das ist hier zu Ende in Nordafrika. Und wahrscheinlich hat er auch da schon ein Gefühl, dass es insgesamt nicht mehr zum Erfolg werden wird. Rommel ist jetzt zuständig für die Vorbereitung der deutschen Verteidigung gegen eine alliierte Landung. Er ist nicht mehr der afrikanische Wüstenfuchs. Er ist nachdenklich geworden. Auch über das System, dem er dient. Da scheint ein Empfinden gewesen zu sein in ihm, ungewöhnlich genug für diese Zeit und auch für seine Kaste, über diese moralische Wucht des Verbrechens. Er spricht von großer Schuld. Er sagt zu seinem Sohn, wir können froh sein, wenn wir nach dem Krieg überhaupt überleben, aber wir werden den Kopf nicht mehr oben tragen können. Er hat mir erzählt von den Massenerschießungen in Polen und dann auch davon, dass Juden, wie er vom Strölin, Oberbürgermeister von Stuttgart gehört hat, mit Gas umgebracht würden. Er hat schon gewusst, aber wie rauskommen aus dieser Situation der eigene Staat als Verbrecher. Vorerst macht er weiter. Als Militär und als Staatsschauspieler. Auf den verzügigen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung und die Kampfbilder, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen. Und wir brauchen uns keine Sekunde in den Kopf zu brechen, ob es gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut. Und ich glaube nicht, dass er ein zweites Mal wiederkommt, wenn er hier den Versuch macht. Glaubt er noch, was er da sagt? Im engsten Kreis redet er ganz anders. Er war ja kein komplizierter großer Philosoph oder Denker, sondern er sagte ganz einfach, das schaffen wir doch nicht mehr und stellen Sie sich das doch mal vor. Und die Leute sagen das und das. Nun sehen Sie mal, hier ist eine Infanteriedivision eingesetzt und die haben kaum Geschütze. Und wir haben auf zwei Kilometer, haben wir eine Batterie stehen. 6. Juni 1944 D-Day Die Landung der Alliierten in der Normandie Ihre Überlegenheit ist erdrückend. Es gelingt ihnen, einen Brückenkopf zu bilden. Und nach wenigen Tagen ist klar, diese Schlacht ist für die Wehrmacht nicht mehr zu gewinnen. Der Krieg im Westen ist damit verloren. Das weiß Rommel besser als die meisten anderen. Ich glaube, dass er immer noch an die Möglichkeit glaubte, Hitler zu beeinflussen. Er hat ja versucht, bei den Besuchen bei Hitler, Hitler zu schildern, wie es aussah, dass man im Westen Schluss machen müsste. Darauf hat Hitler gesagt, kümmern Sie sich um Ihre militärischen Aufgaben und nicht um Aufgaben, mit denen Sie nichts, für die Sie nicht verantwortlich sind. Und hat ihn quasi rausgeschickt. Am 26. Juni 1944 sieht Rommel Hitler zum letzten Mal. Er steht jetzt vor einer schicksalhaften Entscheidung. Er erkennt, der Krieg ist verloren und das nur Kämpfen reicht nicht aus. Er müsste eigentlich auch politisch handeln. Das ist aber nicht vorgesehen im System. Und dieser Konflikt ist der schlimmste Konflikt, in den eigentlich ein deutscher General kommen kann. 9. Juli 1944. Besuch in Rommels Hauptquartier, Schloss La Roche-Guillon. Cäsar von Hofacker hat sich angemeldet. Er gehört zum Widerstandskreis des Grafen Stauffenberg. Er wird von Rommels Stabschef Hans Speidel, der auch zum Widerstand gehört, empfangen und zu Rommel geleitet. Eine halbe Stunde werden Hofacker und Rommel unter vier Augen miteinander reden. Worüber? Darüber rätseln die Historiker. Über das Gespräch gibt es extrem wenig Quellen. Hat Hofacker Weisungen Rommels entgegengenommen? Hat Hofacker versucht, Rommel zu überzeugen? Oder ist er möglicherweise in ganz anderen Gesprächszusammenhängen mit ihnen an diesem Tag zusammen gewesen? Wir wissen es aufgrund der vorliegenden Quellen einfach nicht. Nach dem Besuch von Hofacker bespricht sich Rommel mit seinem Stabschef Speidel. Man habe darüber gesprochen, jetzt Druck auf Hitler auszuüben, berichtet Speidel nach dem Krieg. War das wirklich alles? Wir haben leider nur die Nachkriegsaussagen von Hans Speidel. Diese können sie nehmen als das, was sie sind. Die Nachkriegsaussage eines Beteiligten, aber natürlich auch eines Beteiligten, der ein Interesse daran hat, seine Rolle im Umfeld des 20. Juli 1944 in ein Licht zu stellen, das für ihn nicht abträglich ist. 15. Juli 1944. Speidel und Rommel entwerfen ein Schreiben an Hitler. Betrachtungen zur Lage, heißt es harmlos. Doch es enthält Sprengstoff. Der ungleiche Kampf neigt sich dem Ende entgegen. Es ist meines Erachtens nötig, die Folgerungen aus dieser Lage zu ziehen. Hitler schriftlich aufzufordern, den Krieg zu beenden, das ist unerhört. Kein anderer deutscher General macht das. Rommel schon. Man kann es auch als ein Ultimatum auffassen. Entweder handelt Hitler, zieht die Konsequenzen, die politischen Konsequenzen aus der militärischen Lage. Und wenn er das nicht tut, dann muss gehandelt werden, über ihn hinweg. Ist Rommel jetzt bereit zu handeln? Es wäre ein ungeheurer Schritt für Hitlers vormaligen Lieblingsgeneral. Was tun? Ich habe offen mit Rommel über die Frage gesprochen, dass man vorzeitig Schluss machen muss, um den Westen eher in Berlin reinmarschieren lassen zu können als den Osten. Mit dem britischen Feldmarschall Montgomery, seinem alten Gegner aus Afrika, könne er vielleicht Verhandlungen aufnehmen, hofft Rommel. Er ahnt nicht, dass sich in diesen Tagen in England ein Kommandotrupp des Special Air Service darauf vorbereitet, ihn zu entführen und notfalls zu töten. Rommel hat ihn als ritterlichen Gegner angesehen, Montgomery. Und er vertraute ihm in einer gewissen Art und Weise. Was natürlich auch wiederum zeigt, dass er letztlich und endlich politisch naiv ist. Er ist letztlich und endlich geprägt vom ritterlichen Soldatentum einer Zeit, die vorüber ist. 17. Juli 1944. Rommels Schicksalstag. Er besucht verschiedene seiner Frontkommandeure und führt Unterredungen mit ihnen. Am Nachmittag ist er beim Panzergeneral Heinrich Eberbach. Das ist das letzte Gespräch an diesem langen Tag mit Eberbach, zu dem er ein besonderes Verhältnis hat. Beide Schwaben vertrauen sich und sie ziehen sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch unter vier Augen. Über den Inhalt dieses Gesprächs berichtet Eberbach wenige Wochen später. Er kommt in britische Gefangenschaft und erzählt mehreren Mitgefangenen von seiner letzten Begegnung mit Rommel. Die Briten hören mit aus den Abhörprotokollen. Rommel sagte zu mir draußen an der Front, es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr, mit Deutschland noch irgendwie vernünftig durchzukommen, als dass wir den Führer und seine engste Sippschaft möglichst schnell umbringen. Dieses Dokument bietet eigentlich doch ein sehr starkes Indiz. Kein Beweis, aber ein sehr starkes Indiz dafür, dass Rommel mit Eberbach sehr offen gesprochen hat. Und dass Rommel bereit war, den Tod Hitlers zu akzeptieren in dieser Situation oder er sogar ihn sich herbeigewünscht hat. Ein Dokument, das unter Historikern für Zündstoff sorgt. Aus meiner Sicht widerspricht dieses Dokument allem, was wir über Rommel wissen. Es passt nicht zu seinem Charakter, es passt nicht zu seiner Bindung an Hitler. Und es passt auch nicht in die konkrete Situation des Juni, Juni, Juli 1944. Ich glaube schon, dass dieses Dokument zu Rommel passt. Denn Rommel ist keine statische Person. Es ist ein Prozess, den er in diesem Krieg durchmacht. Und die Nomadie wird für ihn zum Schlüsselerlebnis. Und am Ende dieses Schlüsselerlebnis steht eben dieses Gespräch mit Eberbach. 17. Juli 1944 gegen 18 Uhr. Nach dem Gespräch mit Heinrich Eberbach ist Rommel auf dem Rückweg. Alliierte Jagdflieger haben in diesen Tagen die absolute Lufthoheit über der Normandie. Auch Rommels Fahrzeuge geraten ins Visier der Jäger. Und mein Vater ist dann mit Splittern übersät hinausgeflogen zum Auto. Man war froh, dass mein Vater überlebt hat. Meine Mutter hat mir gesagt, dass er verwundet sei. Es ist das Ende einer Karriere. Und das Ende großer Hoffnung. Von allem, was wir von Rommel wissen, wäre Rommel bereit gewesen, in letzter Konsequenz einen Waffenstillstand im Westen zu schließen, die Front im Westen zu öffnen und damit letztlich den Krieg zu beenden. 20. Juli 1944. Das Attentat auf Hitler. Es scheitert. Eine ganz kleine Blicke, ehrgeiziger, gewissenlose und zugleich unvernünftiger, verbrecherischer Stommeroffiziere. Hat ein Komplott geschmiedet, für mich zu bedeuten. Es ist ein ganz kleiner, glüngel verbrecherische Elemente, die jetzt unvermachtlich aufgerottet werden. Ein blutiges Beispiel werde es jetzt geben, sagt Hitler. Besuch im Lazarett, bei den Offizieren, die bei dem Anschlag verwundet wurden. Auch Rommel ist in diesen Tagen im Lazarett. In Frankreich. An seine Frau schreibt er. Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert. Man kann Gott danken, dass es so gut abgegangen ist. Das ist eine Absicherung. Das ist den Führer getreuen, den unreflektierten Anhänger geben. Zur Absicherung. Das ist für die Zensur geschrieben. Dass er später seine Familie und sein engeres Umfeld aus den tatsächlichen Zusammenhängen heraushält. Und einfach nur sagt, ich habe davon nichts gewusst. Das ist für mich eine Strategie zum Schutz der Menschen, die ihm am Herzen liegen. Am 7. August 1944 beginnen die Prozesse des sogenannten Volksgerichtshofes gegen die Verschwörer unter dem Vorsitz von Hitlers Blutrichter Roland Freisler. Die Angeklagten gedemütigt, zum Teil geschlagen und gefoltert, aber aufrecht. Auch Rommels Name ist inzwischen offenbar mehrfach bei den Verhören der Verschwörer durch die Gestapo gefallen. Rommel vor dem Volksgerichtshof? Dann hätte Hitler zugeben müssen, dass der im Volk beliebteste Generalfeldmarschall beteiligt gewesen wäre an der Verschwörung gegen ihn. Und welche Dimension hätte das, wenn ein so populärer Mann wie Erwin Rommel plötzlich in einer Verschwörung gegen Hitler beteiligt gewesen wäre? Insofern konnte Hitler überhaupt kein Interesse daran haben, dass Rommel vor Freisler erscheinen würde. Wohl auch deshalb zögert Hitler noch. Möchte Rommel in aller Spiele entlassen? Auch wenn er der Meinung ist, Rommel sei am Attentat zwar nicht beteiligt gewesen, habe aber davon gewusst. Das schreibt Goebbels in sein Tagebuch. Mitte September 1944. Der sogenannte Ehrenhof der Wehrmacht kommt zusammen. Seine Aufgabe, verdächtige Offiziere aus der Wehrmacht auszuschließen und damit letztlich dem Henker zu übergeben. Diesmal geht es auch um Rommels Schicksal. Wenn Sie sich die Zusammensetzung anschauen, da sitzen alles Leute, die nicht die Freunde Rommels sind. Ich drücke das jetzt ganz vorsichtig aus. Sie entscheiden über Speidel oder Rommel. Es gibt nur einen Entweder-Oder in diesem Fall. Speidel oder Rommel. Hans Speidel, so behauptet die Gestapo, habe von den Attentatsplänen auf Hitler erfahren. Und er hätte im Verhör gestanden, das an seinen Vorgesetzten Rommel weitergemeldet zu haben. Damit wäre Rommel verantwortlich. Soldatenlogik. Bis an sein Lebensende wird Speidel diese Aussagen bestreiten. Die Verhörprotokolle, die das belegen könnten, sind verschollen. Speidel oder Rommel? Zu dem Gericht der Generäle gehört auch Heinrich Kirchheim. Rommels alter Widersacher in Afrika. Kirchheim ist wohl im Laufe der Untersuchungen relativ schnell deutlich geworden, dass Rommel Kenntnisse gehabt haben muss. Und ich würde Kirchheim so einschätzen, dass das nun eine Nachricht war, die ihn durchaus auch gefreut hat. Kirchheim hatte noch viele Rechnungen mit Rommel offen. Er hat diese Demütigung im April, Mai 1941 nicht vergessen. Die Entscheidung. Die Mehrheit der Generäle, auch Kirchheim, stimmt dafür, dass Hans Speidel entlastet sei. Es gab in dieser Entscheidung des Ehrenhofes nur einen Entweder-Other. Das ist für Rommel de facto das Todesurteil gewesen. Das heißt, er musste aus der Sicht Hitlers und seiner Komplizen am 20. Juli beteiligt sein. Das ist der zwingende Schluss. Rommel ist inzwischen bei seiner Familie in Herlingen bei Ulm. Gespräche mit dem Sohn. Da habe ich plötzlich gemerkt, dass da erhebliche Sympathien für die Verschwörer da sind. Und dass man erschüttert war, dass man die aus dem Heer ausgestoßen hat und aufgehängt hat. Er weiß offenbar, dass sich die Schlinge um seinen Hals immer enger zuzieht. Dann standen so Gestapo-Leute vor dem Haus, Tag und Nacht mit einem Wagen. Dann hat mein Vater gesagt, also hier, so bequem machen Sie es denen nicht, dass er sich hier mal erschießen lässt. Dann hat er eine militärische Wache kommen lassen, die sein Haus besetzt hat. Also es hat schon, es ist immer deutlicher geworden, dass er da irgendwie verstrickt ist. Es ist die Zeit der Intriganten. Martin Bormann, Hitlers Sekretär, ist Rommels Intimfeind von Anfang an. Jetzt sieht er die Chance, Rommel zu erledigen. Aktennotiz Bormanns vom 28. September 1944. Verschiedene der noch lebenden Angeklagten sagten aus, der Feldmarschall sei über das Attentat durchaus im Bilde gewesen. Rommel habe erklärt, dass er der neuen Regierung nach gelungenem Attentat zur Verfügung stehen werde. Da wird ein Mensch denunziert, auch mit Kleinigkeiten. Da steht in dem Ding drin, er ist ja so eitel, er hat eine Brille und die benutzt er immer nur dann, wenn er die Karten lesen muss, schmuddelig. Da lässt jemand seinen Hass raus. Er habe mit Hitler gesprochen, schreibt Bormann. Die weitere Behandlung liege nun in den Händen von Feldmarschall Keitel. Es ist ein Komplott gegen Rommel inszeniert worden von seinem ehemaligen Gegner. Das fängt beim Ehrenhof an und hört in der unmittelbaren Umgebung Hitlers in Gestalt von Bormann und Keitel auf. Am 14. Oktober 1944 kommen die Todesboten nach Herlingen. Mit einer Wahl für Rommel, die keine ist. Entweder Volksgerichtshof und Sippenhaft für die Familie. Oder Selbstmord und ein Staatsbegräbnis. Er war hoch erregt, er war auch bleich, aber selbstbeherrscht. Die Stimme hat nicht geschwankt und auf jeden Fall erschien ihm das die günstigste Lösung. Er hat dann noch gesagt, es darf nichts über den wahren Hergang bekannt werden. Wenn hier irgendwas weitererzählt wird, ist die Familie weg. Das verschwindet spurlos. Keine Stunde später ist Rommel tot. Durch eine Giftkapsel. Auf einer Anhöhe vor seinem Heimatort Herrling. Was er vom Attentat auf Hitler wusste, dieses Geheimnis hat er wohl mit ins Grab genommen. Doch eines ist inzwischen sicher. Am Ende war auch er bereit zu handeln und gegen Hitler aufzustehen. Als einer der ganz wenigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wandermatischen Rommel Die Wandermatischen Rommel Die Wandermatische Rommel